hey leute herzlich willkommen zu einer neuen folge wir spielen heute auf dem mainplex server und wir spielen heute arcade dabei ist mmmed und was müssen wir machen ich habe keine ahnung und ich bin direkt unten danke ja ich habe das erstmal nicht so gerafft hier die map und so und alles das war gerade zu viel für mich aber guck mal was das auch für eine map ist wenn du oben bist kannst du auch mit einem fall direkt in die lager ja ja wir waren gerade ein bisschen verpeilt noch mal das können wir dann für die zuschauer noch mal erklären sehr spontan dann am ende aber ja ja ich weiß ja ich weiß ja ja ich glaube schon aber ich habe auf jeden fall er wird da gewinnen und dann kommt gleich einfach zu einem anderen spiel wo es wenn der letzte jetzt tot ist also wenn noch einer lehrt ja genau ich glaube das geht dann immer so weiter es kommt auch immer andere spiele meine ich also ich bin hier einfach jetzt ich will wissen es selber nicht so genau ich hab das irgendwann schon mal gespielt glaube ich in einem stream aber ja die wetteln sich hier wir sind jetzt machen ich weiß nicht immer alles so durch durch das steht hier wir sind jetzt wo sind wir jetzt machen ich weiß nicht immer alles so durch durch das steht hier wir sind jetzt wo sind wir jetzt wo sind wir drin irgendwas von äh sheepcrest airdrop sheepcrest was ist das denn äh was nimmst du red team green team komm wir gehen mal in ein team komm wir gehen mal blue team ok ok komm wir zum blauen scharf und mach mal rechts ja ja super und ich hab hier auf der anderen Seite kannst du mit games hier kids kaufen also ich bin jetzt kid berserker ich weiß aber nicht kostet 2500 berserker hab ich auch ja berserker ist ein standard kid und die anderen kosten halt geld also games meine ich achso ja 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 ich weiß aber nicht was man hier machen muss also irgendwas mit schrafen ich hab das noch nie gespielt also kein plan wir werden jetzt einfach mal schauen ja in 40 sekunden geht es erst los what the hell verstehe ich auch nicht ich dachte das läuft so hintereinander durch ja ich hab mich auch gedacht wie das normale mario party halt so ja ja hey das heißt man spielt quasi immer nur eine runde und da muss man wieder warten das klingt lame das klingt sehr zeitgezündig das klingt sehr zeitgezündig ja ich hasse dieses dann wäre es eine runde mario party halt irgendwie ne ja also fürs nächste mal da muss ich mir halt auf die 1.10 dann updaten mittlerweile haben wir sogar version 1.11 ne äh offiziell schon nein ich meine das es gibt snapshots schon 1.11 aber doch offiziell noch nicht oder oder ich aber jetzt bist du ja ein bisschen beim ziehen ok ich hab was machen wir denn jetzt hier ich hab ne sattel ich hab kein kann ich dich jetzt rein oder was nein ich hab Schafe irgendwas müssen wir grabben grabben ja a grab hole sheep ach ich dachte wir müssen Scha- Schafe oh ja wir müssen jetzt die Schafe glaube ich snacken man kann auch andere Leute töten töten ja man kann die ja und es leckt gerade über also es jeder steht einfach oh ja man muss sich die äh Schafe holen und dann in die Base bringen ok ich hab eins ach nicht mehr ich hab ich hab eins ich hab eins ich bring das mal hier rein oh wir haben schon eins oh die haben Bogen und alles Bruder hat uns grad einen Schaft gesagt ich versuche mal zu geh mal ja ich geh schon Leute ich hol mal das Schaf wieder wenn einmal stehen wir erstmal raus oder wie nein ich glaube du respawns einfach nice ich hab schon drei Leute getötet sonst wären die schon drei Leute weniger guck wir haben zwei Schafe schon mal ja das müssen wir deffen oder bisschen deffen aber ich glaub die anderen ich weiß nicht wir haben die anderen haben glaube ich nicht so viele Red hat drei Red hat drei ok die roten haben drei eins ist in der Mitte hast du das ja das haben wir schon ok guck mal bei rot wir müssen wir können auch den roten eins klauen zum Beispiel ja und wir müssen die roten abhalten dass sie eins bekommen ich warte mal in der Mitte aber eigentlich eins kommt ach es steht immer fünf Sekunden das nächste Schaf da nächste Jeep ich nehme das nächste Schaf noch mit also in der Mitte ist grad keiner ja wir haben keine uns wurden alle scharf geklaut gerade übrigens da kann doch mehrere Schafe auf einmal mitnehmen ja noch fünf Sekunden hä wo sind meine Sch- 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 das Spiel praktisch grad übertrieben bei dir auch ja ich bin tot scheiße ich bin auch tot das ist man kann nämlich doch irgendwie sterben man kann sterben aber wenn du die Spot dann also bei mir steht respawnen ja jetzt bin ich respawn guck mal wir haben vier Schafe jetzt haben wir sie null weil die roten uns an ja die kommen wieder zurück gerade ich hab eigentlich den roten getötet jetzt haben wir beide Schafe man muss die Schafe richtig beschürzen what the fuck aber wir haben sogar sogar so einen Dash mit Doppelsprung ah ah das ist hilfreich wahrscheinlich da kann man so schön in die Mitte wo grün hat die unbeschützt gerade die roten haben fünf ne wir müssen den roten mal ein Stibitzen irgendwie ich hab zwei von grün ich hab die Schafe ich hab die Schafe wir haben gleich vier Schafe wir sind besser als wie wir sind besser als boah hier mal kann mir jemand helfen hier gerade die Schafe verteidigen ja ich bin down wir können auch die Schafe mit äh wir können die Schafe auch töten denn dann hat man die auch nicht mehr also das ist ja ein krasser Modus oh grüne sind die weg ja trieben und ein gelber von rechts wir müssen einfach nur unsere Deffen ich glaube dann können wir gewinnen ich hab zwei Schafe von den grünen hab ich geklaut bin ich aber gestorben leider ich geh mal wieder zu den grünen und klau dem mal Schafe wir können doch gewinnen wir haben grad am meisten Schafe einfach nur Deffen einfach nur Deffen einfach nur Deffen wann ist das vorbei in einer Minute okay das schaffen wir wir können das echt super schaffen einfach nur bei uns Deffen die roten haben aber sechs wir müssen den rot mal wegnehmen wir müssen mal die rot dass die zur Zeit oh scheiße dass die ich muss den rot mal was wegnehmen weil ja ich komme auch hier zu rot oh die haben mich gekillt easy die haben die haben auch bessere Klassen ja die Deffen halt vernünftig man die haben so viele Schafe egal zweiter Platz sind wir dann aber noch eine und grün kommt aber wir haben jetzt wir haben nämlich alle Schafe von grün wir haben alle Schafe von grün wir haben jetzt dieselbe Anzahl Schafe wie die anderen wo die wieder rein da? ja die laufen automatisch da rein die laufen automatisch da rein siehste okay also sollten sie mal ein bisschen Hilfe gegeben so okay die roten haben aber wir haben jetzt einen Achtung Achtung saved uns ooooooh 8-8 8-8 das sieht aber gut aus wie krass die anderen haben einfach gar nichts 8-6 8-5 was? Achtung da wird uns was geklaut nein das ist jetzt gar nicht scheiße die haben wir gesaved oh 36 Sekunden ich hab alle wieder ich hab alle wieder hier rein gemacht alle oh alter die müssen den roten mal eins klauen wenn die roten eins klauen dann haben wir direkt gewonnen einer muss man den roten eins klauen in der letzten Sekunde schau ich denen das er macht das echt mal das ist ja super wenn du das echt hinkriegen würdest so schaffst du das? das liegt auch schon grüner bei denen boah die deffen das so hart ey mit 3 leuten mit 4 leuten ne mit 3 leuten deffen die das da kann ich nichts tun und die holen sich auch wieder immer neue rein die haben 9 die haben sich das aus der mitte geholt halt nein ja egal das war doch noch nicht so ok oh scheiße oh man er hat ein 1 mehr oh man ey knapp aber das hat auf jeden fall laune gemacht würd ich sagen was kommt jetzt als nächstes wieder in 1 minute äh keep up ey wow runner eclipse runner eclipse ja ich würd sagen das machen wir noch und dann äh haben wir 3 runden players team ok runner eclipse das sagt mir jetzt auch überhaupt nichts hab ich auch noch nie gehört ey die die modi kenn ich alle nicht die hier irgendwie sind ist nie auch neu oder was ich hab keine ahnung also runner eclipse sagt mir jetzt nichts weil früher war das doch so hier dragon escape oder sowas ja ja hä was ist das äh gloves fall from underneath you keep running ach so das ist so wie das ist wie ein äh tt run aber das ist ja ätzend es hat mehrere ebene ok dann geht das sogar noch oh man ich bin ganz oben ich auch noch muss ja ein bisschen so jumpen oh hier ist ein vierer sprung ah ich hab den geschafft oh aber den 2 ok aber du hast nur mit rechtlichen noch von lieb also kannst noch so äh dich noch mal retten wenn du nicht so dumm bist wie ich danke ok das bist du noch oben ich bin noch auf der zweiten ich sehe dich ah hier bist du ja pass auf da ist jemand neben dir das heißt ah der ist ja oh oh mein god ihr wart auf derselben blöcke nur von der anderen ok oh du bist in letzter Ebene jetzt musst du aufpassen ja oder her es wärs fast ok alter wie krass du doch was du für krasse sachen gemacht hast scheiße ich bin dritter glaube ich oder mit glück äh müsstest du oder ja jawoll nice das war cool völlig schlecht ja ja leute dann würde ich sagen äh drei knackige runden ja ähm wir sind durch können wir vielleicht auch irgendwann öfter mal machen so ein bisschen die Modi erkunden ja weil hier gibt es bestimmt noch einige zum Beispiel evolutiv ich habe immer schon mal gespielt da musst du immer andere Leute töten dann evolutiv dann sich so einen Platz suchen dann evolutiv also dadurch entdecken ja cool ja cool ja irgendein andermal ok Leute ich hoffe es hat euch gefallen guckt beim MMMED vorbei und liked da mal alles abonnieren und so weiter und wir sinds im nächsten Video bis dann ciao